Wir probieren heute mal dieses Aqua-Dings. Da macht man anscheinend ein Handy rein, tut das unter Wasser und kann dann Fotos machen. Das haben wir von Primark für 1 Euro und wir probieren jetzt mal, ob das klappt. Und wir haben dafür ein Flasser reingemacht, falls das doch nicht klappt. Und dann können wir gucken, ob das Flasser dann nass ist. Wir behalten das jetzt für ein paar Minuten drin. Oder ein paar Sekunden. Und dann muss jemand mit trockenen Händen reinfassen und sagt euch dann, ob es nass oder trocken ist. Jetzt holen wir das raus, weil es ist ja ein paar Minuten unter Wasser. Und es kann natürlich sein, dass jetzt vielleicht ein paar Tropfen reingehen, aber... Und das ist gut verschlossen. Und es ist wirklich ganz trocken, also testbestanden. Und das ist ganz trocken, dass ich und da gerät er das raus dabei... Und das inefficient. Und darauf hin nerede. Und das ist ganz trocken. Untertitelung des ZDF, 2020